Hallo, wir sind hier heute im Pütlun Grand Imperial in Librez in Tschechien. Ein recht modernes Designhotel, das ich mir für ein Wochenende gebucht habe. Ein Superior Deluxe Room, das Hotel ist wenige hundert Meter vorm Bahnhof in Librez weg, also auch sehr gut zu erreichen, gleich wenn wir jetzt hier im Zimmer sind, gehen wir nach links und kommen in das Badezimmer. Ausgestattet mit einer Badewanne und einer Dusche. Das besondere an der Badewanne, das kann man sehen, wenn man hier ein bisschen nach unten guckt, auch an diesem komischen Knopf, die ist mit einem Whirlpool ausgestattet. Toilette vorhanden, Waschbecken vorhanden, Dusche, Shampoo, solche Dinge von 4 Elements. Und man kann durchgucken ins Zimmer, allerdings besteht dazu die Möglichkeit vom Zimmer aus ein Rollo runterzulassen, wenn man das nicht möchte. Garderobe, dann kommen wir in das schöne, recht große Zimmer. Mit einem schönen großen Bett. Ausgestattet. Sessel ist vorhanden. Ein Samsung Tablet ist hier auch vorhanden. Da ist wohl auch irgendwelche Software vom Hotel drauf. Noch nicht ausprobiert. Steckdose ist dahinter auch vorhanden. Was auch schön ist, da gibt es noch Knöpfe, wenn man das mal ein bisschen näher rangeht, mit denen man hier komplett auch das Licht gleich ausschalten kann. Man muss also nicht wie in anderen Hotels dann erst durch das ganze Zimmer laufen. Schreibtisch vorhanden. Mit Telefonanlage, IP-Telefon. Auch hier Power-Multi, USB-Anschlüsse, Steckdosen vorhanden. Alles vorhanden. Dazu die Fernbedienung für den Fernseher. Ein recht großer Fernseher. Die Deluxe-Zimmer sind zusätzlich auch noch mit einer Nespresso Kaffeemaschine ausgestattet. Tee kann man sich kochen. Safe ist auch vorhanden. In dem Kleiderschrank hier oben sind auch noch Fächer. Da steht schon mein Koffer drin. Alles schon verteilt. Macht also einen wirklich schicken, modernen stylischen Eindruck. Man muss dazu wissen, diese Hotelkette hat hier sechs oder sieben verschiedene Hotels in Liberates. Das hier ist das größte und glaube auch das modernste von der Ausstattung her. Und neben diesen Zimmern gibt es hier auch noch eine Vielzahl von Zimmern, die ganz individuell gestaltet sind. Ich hätte hier glaube aus, keine Ahnung, 20, 30 verschiedenen Designs mir eines auswählen können. Ich habe mich für das Superior Deluxe-Zimmer entschieden, was mehr oder weniger die Standardausstattung hat. Aber beim nächsten Mal könnte man sich dann für ein anderes Hotel entscheiden bzw. ein anderes Hotelzimmer entscheiden. Für zwei Nächte inklusives Frühstück zahlt man hier 130 Euro zusammen. Für so ein modernes Hotel, für so ein schickes Zimmer, für auch ein recht großes Zimmer, muss man auch dazu sagen, ein absolut fairer Preis. Ja. Pitlund Grand Imperial in in Liberec Superior Deluxe Room. Na ja hier noch die Klimaanlage natürlich auch vorhanden. Wirklich schickes Zimmer. News 6